Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Techpoint-YouTube-Kanal. Das hier hatte ich gestern in der Post und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe damit noch gar nicht gerechnet. Ich wollte auch ein ganz anderes Video machen, aber das hier ist interessanter gerade und kommt mir auch ein bisschen gelegener, weil aus Zeitgründen ist das hier für mich leichter zu produzieren. Das ist das ESR HaloLock GeoWalletStand oder der GeoWalletStand. Ist auf jeden Fall ein relativ langer Name. Ist das GeoWallet von HaloLock, nennen wir es einfach so. Wir sehen schon hier, Works with Apple Find My, gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Wir kennen ja alle so Kartenholder irgendwas, ich habe hier so einen ganz normalen irgendwie, einen ganz normalen Kartenhalter, der ist schon ein bisschen abgenutzt, wo nur so Karten reinpassen, vielleicht in die Mitte noch ein bisschen Geld. Das ist ja mittlerweile nicht mehr der Standard, um echt zu sein. Mittlerweile nutze ich bei mir nur noch dieses Wallet von Apple hier. Das ist wirklich das für mich entspannteste. Das pappst du hinten an dein iPhone dran, hast deine drei Karten mit dabei. Und das ist auch die Version mit Wo-ist-Feature, die sich in dem Fall aber nur so gestaltet, dass sie sich den Ort merkt, an dem das Ding das letzte Mal abgelegt wurde. Das hier kann tatsächlich ein bisschen mehr. Trotzdem immer noch mein Favorit. Ich mag es gerne, es sieht gut aus, es ist schnell anzulegen, alles entspannt. Und dann gibt es auch noch von ESA das Ding hier, das ist dieser Wallet-Stand ohne Geo-Log in dem Fall. Oder ohne Geo-Funktion. Ich habe das mal auch ausgepackt hier in dem Video auf dem Kanal. Er hat natürlich so ein bisschen diese Funktion, dass man es ausklappen kann, hinten so irgendwie hinstellen kann, das Telefon oder sowas, solche Geschichten. Aber auch das wird hier magnetisch dran gemacht und hat dann hier quasi einfach eine Standfunktion. Oder man kann es, glaube ich, auch drehen. Ich glaube, man kann es nicht drehen. Aber ein Video dazu habe ich hier auf dem Kanal gemacht. Hat es leider nie so richtig in mein tägliches Leben geschafft, weil, naja, wenn wir uns das mal angucken, ist schon nochmal ein Unterschied. Und da ich diese Standfunktion jetzt nicht so mega viel brauche, ist das für mich immer noch das Bessere hier. Hier passen auch so drei, vier Karten rein, hier passen drei Karten rein. Nein, also alles nichts so ganz Innovatives, sage ich mal. Außer das von Apple, muss ich sagen, das war mit der Woist-Einführung dann doch schon ein bisschen innovativer. Jetzt hat ESR das hier auf den Markt geworfen. Und ich muss euch ehrlicherweise stehen, ich weiß nicht, welches Gerät das ist, weil ich erwarte, also ich erwarte zwei. Also ich erwarte eigentlich eins, habe aber noch mit einem zweiten gerechnet. Ich hatte nämlich schon vor einer Weile mit ESR mal geschrieben, ob sie mir den mal schicken können. Da haben sie gesagt, sie machen das, sobald sie was da haben. Habe jetzt aber nichts weiter gehört. Habe das Ding aber in der Zwischenzeit auch selber bei Kickstarter gebackt. Das ist auch mittlerweile vorbei. Da habe ich auch Versandadresse und so weiter alles angegeben. Ich weiß nur nicht, ob das das ist. Ich habe halt keine Versandbestätigung oder so bekommen. Deswegen gerade so ein bisschen schwierig, aus welcher Richtung das jetzt gerade kommt. Die Farbe stimmt auf jeden Fall. Die habe ich auch bei Kickstarter gewählt. Vielleicht ist das auch einfach mein Kickstarter-Ding. Dann ist es auch okay. Auf jeden Fall kann man das auch, glaube ich, schon kaufen. Habe ich gar nicht gecheckt jetzt mehr, weil ich hier auf zwei warte. Aber kann man auf jeden Fall halt kaufen. Wenn es das irgendwann mal auf dem Markt gibt, packe ich euch noch einen Link in die Videobeschreibung. Es ist tatsächlich ein Wallet mit eben Find-My-Funktion. Wir sehen hier 1500 Gramm magnetische Sperre kann das Ding haben. Magnetische Kraft hält auch. Ein bis drei Karten. Also da gehen die Dinger oft nie drüber hinaus. Ist ja, glaube ich, auch okay. Man will ja auch nicht so einen dicken Batzen da hinten am Telefon dran haben. Und es hat auch noch so einen Secure-Grip. Muss man mal schauen. Und interessant ist, wie das halt alles funktioniert. Und wir machen das jetzt einfach mal auf. Ich bin sehr gespannt. Ich erwarte, das hat ja schon mal gut funktioniert. Ich erwarte von der Sache her nicht viel anderes als das hier. Also werden wir mal gleich sehen, was das ist. Verpackungstechnisch muss ich sagen, auch wieder ESA-typisch sehr gut. Also zwar immer so ein bisschen viel Werbung drin und so. Aber das machen sie immer schon alles sehr schick und geben sich da wirklich Mühe. Auch die Farben und so. Das ist immer schon alles ganz cool. Hier haben wir schon mal das Wallet. Das legen wir mal beiseite. Hier ist nichts weiter drin. Und hier kommt ein bisschen die kleine Besonderheit. Denn ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum ist denn da ein Kabel drauf? Ja, tatsächlich ist hier ein Ladekabel dabei. Denn dieses Wallet muss man aufladen. Dieses Wallet hat eben wirklich eine AirTag-Funktionalität. Hier ist das Kabel. Das gibt ja so einen eigenen proprietären Anschluss. Das ist natürlich wieder so eine Sache. Aber, also einmal USB-C und einmal dieser eigene Anschluss von ESA hier. Aber gut, wo willst du hier einen USB-C-Port noch anbringen? Das geht ja nicht. Deswegen haben sie sich für diese Lösung hier entschieden. Genau, aber es funktioniert. Dann eben wie ein AirTag, sodass man das Ding überall finden kann. Wir sehen hier nochmal, die Kompatibilität ist mit, ja wie immer, leider bei diesen Wallets von ESA, wie auch bei dem hier, nicht mit den Minigeräten kompatibel. Sonst hätte ich so ein Ding vielleicht auch schon in der Familie weitergegeben. Aber da existieren gerade nur Minigeräte. Deswegen, ja, ist es natürlich schade. Aber es ist, wie es ist. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ja, also die nehmen sich nicht wirklich viel. Das Geo-Wallet ist ein bisschen kleiner. Ganz klar ist ein bisschen kleiner. Aber wahrscheinlich, ja. Das hat sich natürlich sehr gut zusammen hier. Aber wahrscheinlich, ja, nee. Das ist eigentlich genauso breit. Dann, das ist schon mal klar. Natürlich unterscheidet sich hier der Ladeport beim Geo-Wallet. Der ist klar. Auf der Rückseite haben wir hier eben nichts zum, also doch, hier haben wir auch ein Kartenfach, aber das ist eben verändert. Und was wir hier haben, ist halt dieser Griff. Kann ich euch mal zeigen. Der ist hier mit so einer Niete gesichert. Und dadurch bleibt das so ein bisschen in place. Weiß ich jetzt nicht, wie lange sich das hält. Das muss man mal sehen, ob sich das irgendwann abnutzt. Aber, um das Telefon so irgendwie in der Hand zu haben, ich finde es, also ich bin jetzt nicht so der Mega-Nutzer. Wenn es ein Zusatz ist zu einem Produkt, was ich eh am Telefon habe, ist es okay. Also dann kann ich es akzeptieren. Würde mir jetzt aber kein Popsocket oder sowas hinten auf mein Telefon drauf machen, nur um es besser halten zu können. Und wenn wir es aufklappen, da sehen wir dann schon doch den Unterschied. Und zwar, ich habe hier noch Karten drin, aber das spielt hier keine Rolle. Denn hier passen keine Karten rein in die Innenseite. Hier seht ihr auch, oder vielleicht hört man es auch ein bisschen. Das ist alles so Plastik und da ist wahrscheinlich die ganze Technik drin. Und wir sehen hier sogar einen Anschalter. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt, wenn er erstmal fokussieren würde. Da seht ihr den Anschalter. Also das ist hier tatsächlich ein bisschen anders gelöst. Optisch ähnlich, aber nicht so gelöst. Also hier ist wahrscheinlich einfach sowas drin, wie so eine Chipolo-Karte hier. Diese auch, da habe ich auch ein Video dazu gemacht, die so Find My hat. Aber eben kein richtiges Find My, sondern nur dieses Third-Party-Find My. Sieht zumindest hier so aus, als ob hier so eine Karte drin ist, dieses Modul. Gucken wir uns aber gleich nochmal an. Und dann haben wir hier quasi die Möglichkeit, die Karten reinzumachen. Und hier unten einen kleinen Schlitz, um es rauszuschieben. Ich nehme das jetzt mal raus. Da wird nochmal der Griff erklärt. Vielen Dank. Ich habe mal hier drei irgendwelche alten Karten. Ich habe jetzt mir mal vorgenommen, mal ein paar alte Karten auch zu sammeln, dass ich nicht meine privaten Karten für solche Sachen nehmen muss. Ihr seht, also Kaisers gibt es nicht mehr. Da bin ich schon lange kein Kunde mehr. Und DriveNow weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt. Keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle. Wir wollen ja nur gucken, ob die hier reinpassen. Das sind jetzt drei normal große EC-Karten. Die passen sehr gut rein. Also macht sich gut. Und wenn man hier drauf drückt, dann kriegt man die wieder raus. Und es ist so ein bisschen wie beim Apple-Wallet. Man muss halt alle gleichzeitig rausnehmen. Also man hat jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, sich nur einen rauszuziehen. Sondern es kommen erstmal alle drei raus. Gut, das ist, wie es ist. Das ist hier bei dem ESR-Wallet ein bisschen besser gelöst, weil es halt diese unterschiedlichen Fächer hat. Aber ja gut, da komme ich auch nur an eine ran, wenn es zugeklappt ist. Dann muss ich es immer aufklappen und so. Also irgendwas ist immer. Das ist wahrscheinlich ein bisschen dem Formfaktor geschuldet. Aber wir sehen hier nochmal drei Stück. Passen hier super rein. Einmal hochgeschoben. Ich suche mir die Karte raus, die ich brauche. Und dann geht es wieder zurück in das Wallet. Sehr, sehr cool bisher. Dann gucken wir doch mal. Erstmal Magnetstärke. Ich glaube, brauchen wir gar nicht viel zu sagen. Das hält bombenfest. Also mit so einer Hebelbewegung kriegt man es dann gut wieder ab. Und ich kann hier auch ganz normal meinen Finger noch durchstecken. Das ist ein bisschen kompliziert. Also ich habe sehr kleine Hände. Ich komme nicht drum rum. Also ich komme hier nicht ums Telefon. Ihr seht es. Das wäre für mich jetzt kein Mehrwert, um es vielleicht festzuhalten unterwegs, um nichts zu verlieren. Aber gut, dann hängt es an den Magneten. Wo ist da der Vorteil? Schwer zu sagen. Aber so hält es auf jeden Fall gut. Wir haben natürlich auch hier die Stand-Funktionalität. Also das geht natürlich trotzdem, weil es halt eben diesen Mechanismus hier hat. Jetzt muss ich aber mal sagen, also ESA, so langsam wird es eng. Ihr seht, dieser Faltmechanismus, der ist jetzt unter der Kamera auf einer Apple-Hülle. Wenn das Kameramodul beim nächsten Modell noch ein bisschen größer wird, dann haben die überhaupt keine Chance mehr, mit ihren Produkten hier irgendwie noch was zu reißen. Aber sei es drum. Wir wollen uns natürlich noch die Ladefunktion einmal anschauen. Das habe ich jetzt hier einmal Strom gemacht. Und dann sehen wir hier, pappt magnetisch an und lädt dann jetzt wahrscheinlich. Orange ist ja meistens Laden. Ich musste mal vielleicht schauen, wie lange die Akkulaufzeit ist. Das weiß ich so aus dem Kopf gar nicht. Habe ich jetzt auch so nichts zu gefunden, gerade um ehrlich zu sein. Wird sicherlich eine Weile halten. Und die meldet sich ja glücklicherweise auch, wenn sie dann mal leer ist. Allerdings natürlich immer auf der Innenseite. Also wenn man das dran hat und man, also eigentlich wäre so auf der Außenseite eine LED ein bisschen klüger, weil dann hätte man das besser einfach im Blick, wann das Ding leer ist und wann nicht. Wir gehen mal in die Woist-App. Jetzt geht es natürlich wieder darum, bei solchen Woist-Geschichten hier, haben wir ja schon öfter jetzt auch in den Videos gehabt, ist es immer ein bisschen schwierig, das für mich zu zeigen, weil ich natürlich meinen Wohnort hier dann auf den Karten, die da auf der Woist-App sind, nicht verraten möchte. Dementsprechend werde ich mal versuchen, das so gut wie möglich zu pixeln, sodass ihr nicht allzu viel nicht seht. Aber es geht ja auch eher darum, was ist das hier überhaupt. Ich habe das jetzt natürlich hier im Laufen und blende euch das alles ein. Ich will nur einmal kurz auf diesen Quickstart-Guide hinzu, weil ich will nur einmal kurz auf diesen Quickstart-Guide verweisen. Da soll man sein iPhone-Set upen. Da sagt er, man soll Zwei-Faktor-Authentifizierung einstellen. Ich meine, habe ich sowieso gemacht, glaube ich, aber ich wusste nicht, dass das ein Ding ist für Find My vielleicht. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Find My muss man natürlich anschalten, Standortfreigabe, Bluetooth anmachen und dann mit dem Internet verbunden sein. Und dann kann man, soll man auf diesem Ding hier auf den On-Button drücken. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dann schauen wir mal, was passiert. Gut, habe ich jetzt gemacht. Ich kriege jetzt kein akustisches Signal oder sowas. Wir gucken einfach mal. Wir fügen ein anderes Gerät hinzu. In dem Fall müssen wir, glaube ich, ein, ja, wir müssen ein anderes Objekt hinzufügen. Machen wir mal. Er sucht jetzt. Mal gucken, ob er es auch direkt findet. Oder ob das lange, okay, er hat es gefunden. Esa-Halo-Lock-Geo-Wallet-Stand. Verbinden wir uns mal. Wie nennen wir das jetzt? Geo-Wallet. Ja, das ist auch mal so eine Karte. Das sind jetzt hier wieder Mind-Daten. Jetzt konfiguriert er das noch. Und jetzt ist quasi das auch verfügbar. Wir gucken uns das hier mal in der App an. Ich kann Ton abspielen. Machen wir mal direkt. Okay, das wollte er schon mal nicht. Wir machen es mal vom Lade-Ding ab. Er sagt so ein bisschen, dass er nicht verbunden ist. Ein bisschen irritierend gerade. Okay, das war der Ton, den ich abspielen kann. Das ist schon mal gut. Das kennen wir natürlich aber auch von allen anderen Geräten. Okay, ich habe gerade noch mal ein bisschen rumprobiert. Also wir haben ja gerade den Ton schon gehört. Und das funktioniert natürlich auch alles sehr gut. Ich habe herausgefunden, drei Monate Akkulaufzeit. Und 1,5 Stunden dauert es, um es aufzuladen. Man kann das nicht übrigens bei ESR direkt kaufen. Das habe ich für nicht gesehen. Also auf der Webseite kann man es kaufen. 40 Euro kostet es da. Ist immer noch günstiger als das von Apple. Muss man halt wissen, was man da möchte. Die Sache ist nur die, sie werben halt mit Apple-Find-My-Technologie. Was ja nicht verkehrt ist. Also es hat ja Find-My integriert. So wie aber alle anderen Sachen auch. Ich dachte aber tatsächlich, dass hier auch eine Art U1-Chip soweit drin ist. Weshalb ich dann auch dachte, okay, dann macht es mit dem Aufladen natürlich noch mehr Sinn. Weil ich dann auch die Route dahin bestimmen könnte. Quasi mit diesem Precision-Finding, was halt die AirTags können. Das geht hiermit aber nicht. Also wer jetzt denkt, dass das damit funktioniert, weil sie halt mit Apple-Zertifizierter Find-My-Technologie werben. Das ist nicht gelogen. Das will ich gar nicht sagen. Sondern einfach nur, das ist halt ein bisschen anders. Also es funktioniert schon. Das ist auch alles gut soweit. Aber man kann halt, wenn man das jetzt verliert und jemand klaut einem das, kann man halt, solange das angeschaltet ist wahrscheinlich, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, aber wahrscheinlich ist der Ausschalter deswegen auch so versteckt, kann man das einfach die ganze Zeit live verfolgen. Das ist ein kleiner GPS-Tracker, der halt wirklich die ganze Zeit anzeigt, wo er sich gerade bewegt oder was halt gerade so Sache ist. Ich muss mich nochmal ganz kurz hier aus dem Schnitt melden. Ich habe das gerade nochmal alles so ein bisschen durchdacht und ich glaube oder ich habe die Vermutung, dass bei meiner, bei meinem Video gerade, als ich über die Funktion, über die Wo-ist-Funktion von dem Ding hier gesprochen habe, dass das ein bisschen falsch rüber kommt. Also das Ding kann nicht den Live-Standort wiedergeben. Ich habe das, glaube ich, einmal so ein bisschen falsch gesagt und bevor ich jetzt nochmal alles neu aufnehme, korrigiere ich das einfach in der Post-Production quasi. Also Live-Standort geht natürlich nicht, dass das Ding die ganze Zeit so, ich habe, glaube ich, einmal das Wort GPS-Tracker verwendet, das werde ich auch markieren, dass ich das nicht meine. Das liegt ein bisschen daran auch, dass ich das Produkt ein bisschen verwirrend finde, aber klar, es ist natürlich eigentlich nichts anderes als dieses Ding hier, diese Chipolokarte, die auch Wo-ist-fähig ist, wenn sie irgendwo liegt und eben nachverfolgt werden kann, wenn sie halt irgendwie im Wo-ist-Netzwerk sich befindet, aber kein Precision-Finding eben, das habe ich ja gesagt und aber auch kein Live-Standort die ganze Zeit, weil da wäre es ja wirklich ein GPS-Tracker. Das kam, glaube ich, ein bisschen falsch rüber, so ist es natürlich nicht. Also es ist einfach nur, also nur eine Art Wo-ist-Gerät als Wallet. So, wenn man das quasi, wenn ich die Karte in das Wallet hier reinstecken würde, was jetzt gerade doch geht, naja, es wäre nicht so ganz, aber es würde gehen, ja, hätte ich Ähnliches. Also, nur, dass die Batterie hier irgendwann leer ist und ich hier die Batterie halt aufladen kann, nachdem sie leer ist und halt noch diesen Griff habe. Aber ansonsten wäre das quasi dasselbe. Wollte ich schon nochmal ganz kurz klarstellen und jetzt geht's weiter mit den Videos. Das ist natürlich ziemlich cool, ja, und solange Leute, die einem das klauen, das auch nicht wissen irgendwie, ist das auch immer alles sehr gut. Optisch finde ich den auch ganz, ganz okay. Ich brauche euch da jetzt in der Wo-ist-App nicht mehr ganz so viel zeigen. Also die Route, das kennt man jetzt alles, also da könnt ihr doch die ganzen anderen Videos von den ganzen anderen Find-My-Produkten hier auf dem Kanal angucken, was man eben alles so machen kann. Das ist alles nicht das Ding und deswegen will ich da gar nicht das unnötig in die Länge ziehen. Es ist auf jeden Fall interessant, es ist spannend, dass es sowas gibt, dass das Ding halt dauerhaft seinen Standort anzeigen kann, dieser Größe und als, ich sag mal, Zubehör. Das ist ja schon nicht ganz unbesonders. Das ist schon cool. Ob man das jetzt dann braucht, muss man für sich selber entscheiden. Wenn man natürlich irgendwie viel unterwegs ist oder vielleicht auch gerade im Urlaub oder so, macht sowas natürlich vielleicht wirklich Sinn. Also ich würde wahrscheinlich wirklich im Urlaub eher sowas nehmen als mein Apple-Wallet, weil das, klar, da sehe ich den letzten Standort, aber hier sehe ich zur Not wirklich, wo es abgeblieben ist, falls mir es doch mal irgendwie aus der Tasche fällt oder jemand klaut mir das oder so. Und natürlich bleibt das dann auch, also selbst wenn das iPhone irgendwie aus wäre oder so und das iPhone wird mitgeklaut, dann kann man das auch weiter verfolgen damit. Ist jetzt nicht so ganz verkehrt und finde für den Preis definitiv fair. Man muss halt daran denken, man muss es halt aufladen. Also es muss halt aufgeladen sein, aber wenn es drei Monate hält, ist ja okay. Man nimmt es ja auch ab und an mal ab und dann wird man ja sicherlich auch sehen, ob es voll oder leer ist. Und man sieht ja auch in der Woist-App den Akkustand, also von daher sollte das auch kein Problem darstellen. Ich finde es innovativ, definitiv. Jetzt nicht der große Wurf, das muss ich auch dazu sagen. Aber ich finde es schön, dass es sowas gibt und ich hoffe, dass sich diese Art von Superprodukten weiterentwickelt. Ich bin A, MagSafe-Fan generell und Find My auch, also es ist eigentlich eine gute Kombination. Ich verlinke euch das auf der ESR-Seite, gibt es übrigens auch noch in Braun. Wie gesagt, 40 Euro. Ich vermute, dass es meine Kickstarter-Version ist, ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich ist es die. Und könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so Tracker benutzt oder so Wallets oder halt eben sowas hier wie die Chipolo-Card oder irgendwelche Air-Tags generell. Würde mich wirklich interessieren. Können wir auch in den Kommentaren gerne noch ein bisschen drüber quatschen oder wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es auch einfach gerne immer in die Kommentare und dann versuche ich die so gut wie es geht zu beantworten. Ich war am Anfang ein bisschen überrascht. Ich dachte, okay, da muss man echt viel wissen über das Produkt, aber so viel ist es dann am Ende doch gar nicht. Also es ist sehr selbsterklärend und relativ basic. Kann halt eben die ganze Zeit seinen Standort noch dazu anzeigen. Plus was eben so ein Wallet-Stand so kann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Das war es für dieses Video. Wir sehen uns allen spätestens beim nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.